Wolltest du gleich von der Bühne aus eingesprachen? Ja, ja. Ich warte nur auf die Mila, weil die Mila ja anfängt. Hallo, hallo. Okay, das funktioniert. Okay, dann hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Sorry. Ja, also ich bin die Bühne. Ich habe nur ein paar Informationen, freu ich gleich an die Svenja Weg weiterreiche. Zum einen habt ihr halt mitbekommen, wir haben hier keine Maskenpflicht. Trotzdem ein bisschen Abstand halten, aufpassen, nett sein. Genau, dann einmal zu ihrer Linken, zu ihrer Rechten, da ist eine Getränkebar, da können Getränke künftig erworben werden. Kaffee gegen eine kleine Spende, ja, was ihr dann beim Vortrag genießen könnt. An der Stelle auch nochmal ein kurzes Dankeschön an den Amsterdam, dass ihr das so toll und so schnell und so unkompliziert noch eben organisieren konntet. Das ist top. Danke. Bevor ich gleich weiterkomme, würde ich nochmal einmal ganz kurz eine Eigenwerbung machen. Auf den Stühlen haben Sie vielleicht alle die Flyer gefunden. Die weisen hin auf eine Veranstaltung, die jetzt nach dieser Veranstaltung hier stattfindet, nämlich eine Kundgebung am Hauptbahnhof in Oberhausen um 17 Uhr im Sinne des Frauenkampftages. Sind Sie alle herzlich eingeladen, mit uns auf die Straße zu gehen und mit uns für Gleichberechtigung zu kämpfen. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Genau, und jetzt sind Sie alle hier irgendwie ein bisschen ja weg. Jetzt hier gleich einen Vortrag halten wird. Sie ist selber Betroffene und bietet Hilfe für Betroffene an und nutzt jetzt ihre Stimme, um ja, an uns zu helfen, sowohl hier jetzt mit Vorträgen oder auch im Internet mit Hilfe-Videos. Genau, und ich werde jetzt einfach an dich weitergeben. Wir haben noch einmal ein ganz liebes Dankeschön aussprechen, dass du heute hier bist und deine Stimme so gut nutzt. Und ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Ja, hallo erstmal. Viele kennen mich schon, ich bin die Svenja Beck. Ich habe heute ein nicht so schönes Thema mitgebracht, aber ein Thema, was auf jeden Fall angesprochen werden sollte. Es geht um narzisstischen Missbrauch. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das erleben müssen. Viel, viel mehr Menschen, als ich jemals gedacht habe, die das erleben müssen. Ja, ich war selber Betroffene und möchte mich einfach mal vorstellen. Also, ich bin 36 Jahre alt und mein Leben ist eigentlich ganz normal verlaufen bis im Jahre 2012. Ich war sechs Jahre lang verheiratet, habe zwei gesunde, wunderbare Kinder bekommen. Und 2012, im August, hat mein Ehemann entschieden, sich von mir zu trennen. Hat mich mit zwei Kindern, zwei Hunden, zwei Katzen in einer Riesenwohnung und allem drum und dran alleine gelassen. Und da war ich dann in einem Loch, in einem ziemlich starken Loch für mich, weil für mich war die Ehe heilig. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal heirate, dann heirate ich nur einmal. Und dementsprechend war meine Enttäuschung über das Aus der Ehe sehr stark. Und ich war sehr am Boden zerstört. Und dann kam ein junger Mann, der wunderschön aussah, groß war, den Beschützerinstinkt hatte, den ich dann kennengelernt habe. Und der dann genau in dieser Zeit kam, als es mir nicht gut ging und mir einfach nur zugehört hat. Ich habe zu dieser Zeit überhaupt nichts empfinden können. Ich war so in diesem Tief drin, dass ich gedacht habe, okay, er ist da, er hört mir zu. Alles gut und schön, an Beziehungen überhaupt nicht zu denken. Ich war viel zu instabil, hatte mit mir selber zu kämpfen, mit der Situation zu kämpfen. Meine Kinder hatten natürlich zu kämpfen. Aber er war da. Und irgendwann habe ich aus Frust zu meinem Ex-Mann gesagt, also du hast jetzt noch eine Woche Zeit, zu mir zurückzukommen. Oder ich entscheide mich für eine andere Beziehung. Warum auch immer ich das gesagt habe, ich kann es nicht sagen. Es war aber dann so, dass ich nach einer Woche mit meinem Ex-Partner zusammenkam. Und es war am Anfang, wie ich gesagt habe, es war kein Verliebtheitsgefühl. Er war überhaupt nicht mein Typ. Es war einfach nur, dass er da gewesen ist. Er sah gut aus, gar keine Frage. Er war auch für die Frauen total ein Anziehungspunkt. Aber es war nicht der Typ Mann, der mir eigentlich gefällt. Ich hatte auch dafür keinen Nerv, wie ich schon sagte. Aber er war da, er hat mir zugehört. Ich konnte mich ihm komplett öffnen, was im Nachhinein natürlich mein Fehler gewesen ist. Oder nicht mein Fehler, aber es war das, was mir das Genick dann gebrochen hat. Und vier Wochen später waren wir auf einem Festival bei uns in meiner Heimatstadt. Und er hatte Nachtschicht und ist dann auch in die Nachtschicht gegangen. Und auf einmal habe ich gemerkt, was ist jetzt hier los? Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich konnte keine Freude mehr alleine haben. Ich war wie ausgewechselt. Ich war mit meiner Schwester dort, mit unseren Freunden dort. Und auf einmal habe ich gesagt, ich muss hier raus. Ich will nach Hause, zu ihm nach Hause. Ich hatte das Gefühl, ich wollte ihm irgendwie nah sein. Aber auch so dieses Gefühl, ich enttäusche ihn, wenn ich weiter alleine hier auf dem Fest bleibe. Ich kann es nicht beschreiben. Es war so ein Moment, an dem ich schon wusste, das war Ende September, Ende August, sind wir zusammengekommen, wo ich gemerkt habe, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas verändert sich gerade voll bei mir. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist komisch. Meine Schwester sagte dann zu mir, Svenja, du veränderst dich irgendwie. Du bist nicht mehr so fröhlich, so wie du immer gewesen bist. Und ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Ja, das war so der Beginn, wo ich gemerkt habe, mit mir stimmt was nicht. Oder ich verändere mich. Das Ganze hat dann seinen Lauf genommen. Ja, mit dieser Mikrogewalt, die da immer wieder vorgekommen ist, die ich aber natürlich noch überhaupt nicht wahrgenommen habe oder auch noch nicht gesehen habe. Bis dann Anfang November, ich mir, wie viele wissen von den Internetvorträgen schon, ein paar Schuhe gekauft habe in einem Einkaufszentrum. Die Schuhe ihm nicht gefallen haben und ich dann meine erste Ohrfeige hatte. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin weg. Ich war dann natürlich nicht weg. Er hat mich dann so um den Finger gewickelt, sich hundertmal entschuldigt. Das kommt nie wieder vor. Er weiß nicht, was in ihn gekehrt ist. Und da war ich dann in dieser Abhängigkeitsspirale, die ich Ihnen heute auch erklären möchte. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die einfach auch nicht verstehen, dass Menschen, die in dieser Spirale drin sind, die ich auch heute mal mit ausgedruckt habe, die es eigentlich in ganz kurzen Abständen, die ich Ihnen heute aber auch nochmal genauer erklären werde, erklärt, dass man da nicht mehr so einfach rauskommt. Es gibt Menschen, die sind Jahrzehnte in dieser Spirale gefangen. Es gibt Menschen, die sind ihr ganzes Leben darin gefangen. Ich war fünf Jahre darin gefangen. Ich habe zwei Femizidversuche hinter mir. Mein Ex-Partner hat 2013 versucht, mich mit dem Auto zu überfahren und 2016, als mein kleiner Sohn acht Wochen alt war, mich zu erwürgen. Und auch da konnte ich den Absprung nicht schaffen. Und es gab viele weitere Momente, wo es eskaliert ist und wo ich ganz, ganz viel Glück habe, dass ich heute noch hier stehen darf und zu Ihnen sprechen darf. Und mir ist einfach ein Anliegen gewesen, als ich nach drei Jahren erfahren habe, dass ich mich in einer narzisstischen Missbrauchsbeziehung befinde, was ich alleine rauskriegen musste. Ich war davor 13 Wochen lang in einer teilstationären Klinik. Niemand hat dieses Thema auch nur in den Raum geworfen oder Ähnliches. War der erste Impuls nicht, ich muss da raus, sondern der erste Impuls war, wenn ich hier rauskomme, muss ich in die Welt und das aufklären. Ich dachte, es ist natürlich ein Kleinkreis, dass das irgendwann mal so eine Welle schlägt, wie es jetzt bei uns auch in Facebook und im Internet geschlagen hat, hätte ich niemals gedacht. Weil ich niemals gedacht habe, dass so viele Betroffene es in diesem Land auch gibt und auch in der Schweiz und in Österreich. Und das ist einfach der Grund, warum ich Ihnen das heute hier mitteilen möchte, warum ich hier bin. Und ja, es liegt mir so am Herzen, andere Menschen die Zeit zu schenken, dass sie vielleicht weniger Zeit brauchen, wie ich, da rauszukommen. Weil jeder Mensch einzigartig ist und weil jeder Mensch verdient hat, ein normales Leben zu führen. Und ich kenne den Unterschied zwischen dem, was ich fünf Jahre lang geführt habe, und zu heute. Und das möchte ich einfach an sie weitergeben. Ja, das war kurz meine Vorstellung. Ich möchte auch nochmal sagen, dass es jeden Menschen treffen kann. Es ist nicht so, dass es Menschen treffen kann, die aus unterer Schicht kommen. Oder man sagt ja immer, Menschen, die intellektuell nicht so gebildet sind, die trifft es eher. Das ist überhaupt nicht der Fall. Durch unsere virtuelle Selbsthilfegruppe, die mittlerweile knapp 6.450 Mitglieder hat, wissen wir alle, dass es so viele wunderschöne Menschen sind, von herzlichen Menschen vor allen Dingen. Menschen, die so viel Empathie haben und die aber auch so authentisch sind und auch gebildet sind. Ja, also es geht durch jede Schicht durch. Das ist nicht so, wie behauptet, dass es oftmals, ja auch von öffentlichen Stellen, ja, das ist untere Schicht, das ist nicht der Fall. Häusliche Gewalt kommt in allen Schichten vor. Überall und überall auf der Welt leider. Wie erkenne ich denn den narzisstischen Missbrauch? Das ist immer, da sollte man, wenn man eine Beziehung beginnt, egal welche Art von Beziehung, das muss nicht mal eine Liebesbeziehung sein, das können alle Arten von Beziehungen sein. Ob das eine Beziehung ist, die ich mit einem Arbeitgeber habe, ob das eine freundschaftliche Beziehung ist. Man muss immer darauf achten, dass der Mensch, der einem gegenübersteht, respektvoll mit einem umgeht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr Bauchgefühl sagt, da ist kein Respekt vorhanden, dieser Mensch wertet mich ab oder dieser Mensch schaut von oben auf mich herab, dann beenden sie diese Beziehung für sich selber. Sie blenden oftmals nach außen mit gutem Aussehen, mit charismatischen Bemerkungen. All das, das kann Ihnen überall passieren. Das kann Ihnen auch in den Freundeskreisen passieren. Dass Sie Menschen haben, die toxisch sind, wo Sie aber auch merken, die tun Ihnen nicht gut. Sie treffen sich mit denen, aber trotzdem tun sie Ihnen nicht gut. Und Sie gehen schon mit so einem Bauchgefühl, eigentlich möchte ich das für gar nicht haben. Sondern, na, Ihr Bauch sagt Ihnen eigentlich, dieser Mensch, den möchten Sie nicht in Ihrem engeren Umfeld haben. Oftmals tun die toxischen Menschen auch andere Menschen abwerten. Ja, also wenn Sie jemanden haben auf der Arbeit, einen Chef, der immer wieder einhämmert auf andere Mitarbeiter, der sagt, der macht seine Arbeit so schlecht oder ähnliches. All das ist nicht normal. Ja, wir wissen alle, das kann man unter einem Vier-Augen-Gespräch führen. Das muss man nicht vor anderen Menschen preisgeben. All das ist ungesund und das ist einfach kein normaler menschlicher Umgang. Die toxischen Menschen oder auch die narzisstisch geprägten Menschen nutzen andere Menschen aus, benutzen diese Menschen, um sie danach abzuwerten. Also das heißt, Sie können so viel Gutes für diese Menschen tun, und Sie finden hinterher immer irgendetwas, wo Sie sie abwerten können und was Sie dann doch nicht so gut gemacht haben in Ihren Augen. Da können Sie sich anstrengen, so viel Sie wollen. Sie kommen nicht an den Punkt, dass Sie diese Menschen zufriedenstellen können. Die Menschen sind auch oft empathielos. Also Sie kriegen sie nicht hin zu einem Mitleid, also zu einem echten Mitleid. Gespielt können die das sehr gut. Die können auch auf Knopfdruck weinen. Das geht alles. Die können auch vor Gerichten stehen und um ihre Kinder weinen. Also das ist alles möglich. Aber eine echte Empathie ist da einfach nicht drin. Und dementsprechend auch keine Kritikfähigkeit. Die Kritik, die Sie einem narzisstischen Menschen üben, kommt immer als Bumerang zu Ihnen zurück. Nämlich in der narzisstischen Wut. Und die narzisstische Wut ist, da kriege ich sofort Gänsehaut, Sie sehen es vielleicht hier im Licht, ist das Schlimmste, muss auch ich wieder schlucken, das Schlimmste, was Sie jemals erleben können bei einem gegenüberliegenden Menschen. Ich vergleiche das immer mit so einem Löwen, der still vorhin steht und auf einmal ausbricht und sie zerfleischen will und Sie wissen gar nicht, was haben Sie jetzt eigentlich gemacht. So können Sie sich das vorstellen. Und wenn man von Beginn an auf diese Punkte achtet und dann auch sein Bauchgefühl ernst nimmt und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, mein Bauchgefühl signalisiert mir, da stimmt was nicht, können Sie wirklich Schlimmeres verhindern. Weil das sind wirklich Punkte, ich glaube, da spreche ich für viele Opfer, die wir alle übergangen haben. Denn ich kenne 80 Prozent der Opfer, die zu mir gesagt haben, Svenja, ich habe so ein schlimmes Bauchgefühl davor und ich habe es einfach übergangen. Und auch ich, ich kann Ihnen sagen, ich habe diesen Mann in der Diskothek gesehen und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, du hast so schlimme Augen, ich glaube, du kannst auch ganz, ganz böse sein. Hätte ich darauf gehört, wäre mir alles erspart geblieben. Und das ist etwas, was ich einfach den Menschen lehren will und sagen, bitte, bitte gehen Sie mehr in den Kontakt mit sich selber und hören Sie auf sich, weil das kann Ihnen so viel Unheil ersparen. Ja, ich habe Ihnen hier, wie gesagt, mal die Spirale aufgezeichnet, auf die ich ja jetzt auch nochmal eingehen möchte. Die Gewaltspirale hat die Phase 1, die Lovebombing-Phase, da komme ich auch gleich nochmal näher dazu, die Idealisierungsphase, die Abwertungsphase, beziehungsweise auch die Entwertungsphase, dann die Destabilisierung und am Ende der Abschuss, die Trennung und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Wie fanden wir mit der Lovebombing-Phase an? Also die Lovebombing-Phase ist eine Phase, wie ich es schon gesagt habe, Sie werden auf Händen getragen, Ihnen wird zugehört, Sie bekommen ständige Aufmerksamkeit, Sie werden immer angerufen, ist alles in Ordnung bei dir, passt bei dir alles, ich mache mir Sorgen um dich, du siehst wunderschön aus, du bist die Frau, die ich mir immer gewünscht habe, wie oft habe ich das am Anfang gehört, wir sind seelenverwandt, es sind immer die gleichen Sprüche, also ich sehe es hier auch in der ersten Reihe, es sind immer die gleichen Sprüche, ob das irgendwo auf Sylt ist oder ob das unten in Bayern ist, es sind immer die gleichen Sprüche. Und durch diese rosa-rote Brille, die Sie aufgesetzt bekommen, gehen Sie automatisch in eine psychische Abhängigkeit. Denn das ist ja das, was jeder Mensch grundlegend auch haben möchte, eine Bestätigung, dass er geliebt wird, dass er gern gehabt wird und oftmals sind die Opfer, die danach sich als Opfer rausstellen, sind Menschen, die eh ihr Leben lang darauf gucken, dass sie Liebe bekommen, die sehr empathisch sind, die Menschen ganz, ganz viel geben, aber so wenig zurückbekommen haben, aber sich auch mal wünschen, geliebt zu werden. Und genau das ist es, warum es so wichtig ist, darauf zu achten, weil darauf sind die hinaus. Die merken intuitiv schon, wenn sie sie sehen, kennenlernen, dass sie ein empathischer Mensch sind, weil sie eine ganz besondere Ausstrahlung von Wärme haben. Ich kann Ihnen die nicht beschreiben, ich bin kein Energiemensch, der das da irgendwie erklären kann, aber ich kann Ihnen sagen, es hat eine unwahrscheinliche Energie auf diese Menschen. Ich werde es nie vergessen, als er mich das erste Mal gesehen hat, stand er in der Diskothek, eine Dreiviertelstunde lang in so einer Ecke und hat mich betrachtet. Und ich habe gedacht, also es war mir schon unheimlich, ja. Und dann stand er vor mir, ach du bist so schön, du bist so schön. Und ich habe gedacht, hä? Also, es ist einfach so extrem von Anfang an, ja. Aber es ist auch das, wonach wir uns als Menschen sehen, nämlich gesehen zu werden, geliebt zu werden. Aber auch diese Liebe ist oberflächlich liebevoll, ja. Weil darunter verbirgt sich was ganz anderes. Meine Therapeutin hat mal einen Spruch gesagt, den ich auch immer ganz gerne sage, wobei er nicht so ganz, ja. Sie sagte immer zu mir, das ist mit Zuckerguss überzogene Scheiße, ja. Sie hat damit nicht Unrecht. Sie hat mich damit immer auch so ein bisschen zum Lachen gebracht, wenn ich in so einer Situation habe, wo es mir nicht so gut ging. Aber es ist so. Die obere Hülle ist schokoladig, die ist zuckrig, die ist lecker. Und unten drunter ist ganz, ganz viel Mist und ist ganz viel, was einen selber kaputt macht. Da ist auch das Sprichwort ganz angebracht, mit Speck fängt man Neusen, nämlich mit dieser Lovebombing-Phase, kriegt er sie dahin, wo er sie nämlich hinbekommen will. Dann kommt, wie gesagt, die Idealisierungsphase. Also wir sind jetzt erstmal beim Eidenlullen gewesen. Die Idealisierungsphase sieht so aus. Da kommt nämlich dann der Punkt, du bist meine Traumfrau, mit dir stelle ich mir mein Leben vor, ich möchte dich heiraten, mit dir möchte ich Kinder haben, mit dir möchte ich Häuser bauen. Ganz auffällig in der Idealisierungsphase ist, dass die Ex-Freundinnen abgewertet werden. Die Ex-Freundinnen waren nie das, was er sich gewünscht hat. Die hatten alle Mangos, die sie sich vorstellen konnten. Also das ist auch gerade in der Idealisierungsphase immer wieder ein Punkt, wo man drauf hören kann. Da kann man hellhörig werden. Wenn die Ex-Freundin, klar, hat jeder mit seinen Ex-Partnern ein Problem gehabt, sonst wäre man ja noch zusammen. Aber es ist dann immer so, dass da nichts Positives hängen bleibt. Und dann kommt die Abwertungsphase, tatsächlich diese Entwertungsphase. Und das ist etwas, das ist ad hoc. Also Sie haben heute einen wunderschönen Tag, Sie sind in der Altstadt, Sie sind was trinken, stehen auf und der ganze Tag ist wie verändert. Das kann man als normal denkender Mensch nicht beschreiben. Es ist aber so. Die stehen auf, bei denen legt sich ein Schalter in den Kopf um und die sind wie ausgewechselt. Und bei dieser Entwertungsphase fängt die Fassade einfach an zu bröckeln. Und wir als normale Menschen, die ja total noch verliebt sind oder uns dann verliebt haben, weil er eben so liebevoll auch zu uns war, dann bröckelt das alles und man versteht die Welt nicht mehr und denkt, was ist denn jetzt los? Und wo sucht man als erstes den Fehler? Den sucht man bei sich selber. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Was habe ich denn jetzt gesagt, was den verletzt hat? Also man kann es überhaupt nicht greifen. Was ist denn jetzt passiert? Er hat doch gerade noch seine Cola getrunken, wir haben was gegessen, es war schön. Und jetzt ist es einfach, die ganze Stimmung ist komplett gekippt. Und dann fängt man an, sich hinten anzustellen. Dann findet er irgendwas, ja, du hast nach anderen Männern geguckt, das war immer so der Spruch, den ich mir immer anhören durfte, du hast nach anderen Männern geguckt, du hast ihm schöne Augen gemacht oder ihm hat es Essen nicht geschmeckt. Und dann fängt man immer an, man ist schon in dieser Position drin, dass man diesen Menschen beruhigen will. Man spürt schon intuitiv, dass das eskalieren könnte, obwohl man vielleicht am Anfang noch gar keine Eskalation erlebt hat, aber man spürt es und man ist so hippelig und denkt, oh mein Gott, ich muss den jetzt beruhigen. Und man fängt an, sich hinten anzustellen. Das ist auch wieder ein Kreislauf, wo sie sich hinten anstellen, wo sie spüren, der tut sich in den Vordergrund trennen. Und sie stellen alles, wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt, also nur als Beispiel, sie sind Essen und wollten danach noch einen Spaziergang machen. Und der ist so schlecht drauf und sagt, ah, ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe jetzt heim. Dann gehen sie mit heim. Ob sie sich auf den Spaziergang gefreut haben hinterher oder nicht, das ist ganz egal, sie werden mit nach Hause gehen. Und da fängt es an. Sie werden nicht mehr das, was sie möchten oder was sie vielleicht auch als Paar gemeinsam entschieden haben, in den Vordergrund stellen, sondern sie werden nur noch das in den Vordergrund stellen, was er möchte. Und da hat er sie schon. Und wenn sie dann da schon anfangen zu kritisieren, wenn sie jetzt beispielsweise sagen, ja, aber wir wollten doch nur spazieren gehen, dann reagiert er allergisch. Und dann ist es auch meistens so, dass die ganze Situation schon eskaliert, weil er sich angegriffen fühlt. Und das fördert die narzisstische Route. Wenn er sich in irgendeinem Punkt angegriffen fühlt oder übergangen fühlt oder er weiß ja, dass er versprochen hat, spazieren zu gehen oder dass es abgemacht war und er setzt es extra ein, dass es nicht stattfindet. Und dann wird er dafür kritisiert. Dann schlägt es um in narzisstische Wut, die sich ganz verschieden äußern kann, aber in allererster Linie erstmal wirklich auf diese psychische Ebene geht, wo sie runtergebuttert werden, über Stunden, wo sie schlecht gemacht werden, wo alles gesagt wird, was man überhaupt nicht in Worte ausdrücken kann, weil es so schlimm ist, wo man auch nicht mit rechnet nach diesen beiden anderen Phasen. Die Destabilisierung ist wirklich, sind so zwei Worte, die man nehmen kann, das ist die Abwertung und die Aggression, die man verbal, aber auch körperlich zu spüren bekommt. Und die Abwertung erreicht ihren Höhepunkt in Demütigung. Also ich habe das erlebt, selber bevor das passiert ist mit diesem, dass er versucht hat, mich mit dem Auto zu überfahren, hat er in einem Indoor-Spielplatz zweieinhalb Stunden mich so verbal attackiert, ich kann Ihnen kein Wort davon mehr sagen. Das verdrängt auch das Bewusstsein komplett. Also das ist ein ganz normaler Automatismus, dass es verdrängt wird, das ist der Schutz der Seele. Aber es war eine Frau, eine Psychologin, die nebendran gesessen hat, die mir damals ihre Karte gegeben hat, weil die schon gewusst hat, es wird danach was ganz Schlimmes passieren. Und ich brauche diese Karte, um der Polizei vorzulegen, dass sie praktisch für mich aussagt. Und die Frau hatte Recht, ja. Er hat ja dann im Ausgang versucht, mich mit dem Auto zu überfahren, weil ich nicht schnell genug für ihn ins Auto eingestiegen bin. Ich hing dann mit einem Bein im Auto drin und mit dem anderen kam ich nicht so schnell nach und er hat den Rückwärtsgang und ist nach hinten gefahren und ich hing halt im Auto und das Schlimmste war, dass mein Kind da drin gesessen hat, meine kleine dreijährige Tochter, ja. Und das war etwas, das war für mich noch das Allerschlimmste daran, dass er dann weggefahren ist und die Leute mussten ihn aufhalten und vor das Auto stellen. Also das war wirklich etwas, ja, das kann man sich in Worten überhaupt nicht, kann man überhaupt nicht beschreiben. Und das ist einfach etwas, dass es in diesen Demütigungen endet, bevor es dann zu der körperlichen Gewalt oftmals kommt. Heftige Reaktionen dazu sind auch, ich sage immer, das ist wie wenn man auf Eiern läuft. Also sie sind den ganzen Tag, im Alltag dann, angespannt, was tun sie, was machen sie, wenn er heute nach Hause kommt, ist das Essen recht, ist das Recht, wie die Wäsche gewaschen ist. Bei mir waren es dann, heult er heute wiederum wegen den Hundehaaren auf dem Boden oder es war immer irgendwas, was die gefunden haben. Und dadurch, dass sie immer auf diesen Eiern laufen, ziehen sie sich innerlich komplett zurück, weil sie haben gar nicht die Kraft, sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Kraft, was eine Aufwendung der Kraft ist, ist, wenn sie jeden Tag aufpassen müssen, dass sie eine Situation, die gar nichts Schlimmes ist, einfach immer wieder, ja, so entkräftigen müssen, dass einfach nichts passiert. Und wenn sie Kinder haben, noch viel mehr, ja, dass der Mensch nicht ausrastet, dass er weder verbal noch körperlich ausrastet. Und sie versuchen alles und trotzdem passiert es immer wieder. Also das kann man sich einfach als normaldenkender Mensch auch überhaupt nicht vorstellen, wie schlimm das ist und wie viel Kraft es letzten Endes auch kostet. Und die letzte Phase ist dann, wenn er merkt, dass sie komplett am Boden sind, wenn gar nichts mehr geht, wenn ihre Kräfte nachlassen, dann kommt die Trennungs- und die Abschussphase. Und durch diese Laufbombing-Phase, durch diese Idealisierung und Laufbombing-Phase, hat er sie aber so dermaßen von sich abhängig gemacht, dass die größte Angst von uns Empathen ist, dass sie verlassen werden könnten, dass sie das, was sie am Anfang denken, bekommen zu haben, wieder verlieren in ihrem Leben. Und ich war damals, ich kann es nicht beschreiben, ich habe auf Knien vor denen gelegen und habe gesagt, bitte, 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 verlass mich nicht, ich kriege Gänsehaut, weil ich, heute kann ich es nicht mehr verstehen, aber ich weiß, wie schlimm sich das angefühlt hat. Ich habe gedacht, Gott verlässt mich. Ja, also es war wirklich, wie wenn, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, das ist wie wenn das ein Gott für dich wird. Du hast den hörig. Ja, und so war es auch. Und auch diese Art und Weise, man kann es dann nicht verstehen, man denkt ja dann weiter und denkt zurück und denkt, mein Gott, was habe ich denn getan, dass er mich jetzt auch noch verlässt. Ja, also man kann einfach auf nichts zurückgreifen, wo sie auch wissentlichen Fehler gemacht haben. Das Ganze ist, das nimmt so viel Kraft in Anspruch und das ist einfach ein Kreislauf ohne Lösungen, denn wenn er das erreicht hat, dass er sie verlassen hat, dann ist er meistens in der Position, dass er sich einen neuen Wirt sucht. Ja, er sucht sich dann eine neue Partnerin oder eine neue Sexualpartnerin. Bei mir waren es in fünf Jahren ungelogen neun Stück, von denen ich weiß, die Dunkelziffer ist mir nicht bekannt, die will ich auch gar nicht wissen. Es reicht schon, dass der ganze Kindergarten meines Sohnes Bescheid weiß, wo er überall Sexualtaten getrieben hat. Es ist schon für mein Kind, ja, also wenn wir Kinder mit diesen Partnern haben, das spricht sich ja auch um, aber es ist einfach wiederkehrend. Und wenn er dann seinen Trieb wieder ausgelebt hat, dann fängt das Ganze von vorne wieder an. Weil dann kommt er ja zu ihnen zurück und es tut mir leid und ich habe einen riesen Fehler gemacht und du bist doch die Frau meines Lebens und du weißt doch, wir sind doch Seelenverwandte und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Ruckzuck sind sie wieder in diesem, sie müssen immer wissen, ein narzisstischer Missbrauch trifft die gleichen Stränge im Gehirn wie eine Drogenabhängigkeit, wie eine Alkoholabhängigkeit, das sind exakt die gleichen Gehirnzellen, die da angetriggert werden. Und sie sind sofort, wie bei einem Alkoholiker, der einen Alkoholschluck trinkt, sind sie sofort wieder in dieser Materie drin. Und das ist dieser ganze Kreislauf. Und das Schlimme daran ist diese Mikrogewalt. Das sind ja immer wiederkehrende Nadelstiche, die die Seele auch schwer verletzen. Bei mir fängt das an, ich weiß es noch, ich konnte damals nicht gut kochen und habe mit Maggi Fix Tütchen gekocht, jahrelang, das war mir auch immer egal, bis er irgendwann ein Telefonat mit seiner Ex-Partnerin hatte, das ich mitgehört habe, und sagte zu ihr, knallhart neben mir am Telefon, naja, die Frau fürs Leben ist das nicht, weil die kann nur mit Maggi Fix Tütchen kochen. In diesem Moment, das waren Stiche für mich, ich kann heute Super kochen, das ist für mich heute eine Bereicherung, aber dieses, wenn ich heute in den Supermarkt gehe und laufe an den Maggi Fix Tütchen vorbei, kommt das immer. Und das bleibt, diese Verletzungen bleiben. Und das ist das Schlimme, das kriegen sie nicht mehr raus. Ich bin heute gefestigt, ich stehe im Leben, ich habe alles auch normal im Griff, aber das kriegen sie nicht mehr raus. Und das sind Verletzungen für die Seele, die man eben Mikrogewalt nennt, weil es immer wieder kleine Stiche sind. Ich kann Ihnen da ein kurzes Beispiel sagen, ich habe ihn vor drei Jahren mal gesehen, wegen meinem Sohn, und ich habe mich extra darauf konzentriert, ihm nichts hinzuwerfen, dass er mich in irgendeiner Art und Weise hat verletzen können. Und ich stand näher ihm, und er guckte so und sagt, na, dein Ring am Finger hat dir aber auch schon mal besser gepasst. Ich habe es immer, wenn ich meinen Ring angucke, denke ich aber an diesen Moment, weil das so verletzend ist, wo man wirklich denkt, man liebt ihm ja nichts hin, man gibt kein Thema auf, man unterhält sich nicht, aber trotzdem finden sie was, wo sie einen mit verletzen können. Und das sind Dinge, die werden sie bei narzisstischen Personen immer und immer und immer wieder finden. Und das ist auch der Grund, aufgrund dessen, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, warum es Opfer oftmals nicht schaffen, sich sofort zu trennen. Es ist nicht möglich. Denn erstens haben die Opfer schon komplett die Kraft verloren in der Beziehung, und damit ist das Spiel ja nicht vorbei. Es beginnt nämlich erst, weil danach kommt das Stalking. Und das Stalking kann verheerende Ausmaßen haben. Ich habe damals meine Kinder geschnappt, meine Freundin gemacht, und habe gesagt, Sonja, wir fliegen jetzt nach Ägypten. Und irgendwann, ich habe dann zu ihnen gesagt, ich möchte nicht, dass du mich kontaktierst, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Und irgendwann kam ein Anruf, und dann habe ich gesagt, ich habe dir doch gesagt, ich möchte nicht kontaktiert werden. Ich war schon dabei, Grenzen zu ziehen. Und da sagte er zu mir, komm mal raus. Ich sagte, wie komm mal raus? Du weißt, ich bin im Urlaub, ich bin nicht zu Hause. Ja, ich stehe im Garten. Er stand im Garten in Ägypten und hat sich in das Hotel eingeschlichen. Er hat sich ein Taxi genommen. Er wäre eigentlich niemals in diese Hotelanlage reingekommen, wenn wir nicht vorher, drei Wochen vorher, gemeinsam dort gewesen sind, ein Hotel neben dran, und er hat sich sein Männchen aufgehoben, weil er nämlich schon alles ganz genau geplant hatte, wie er mir dann nachfliegen wird, weil das stand ja schon länger, dass ich mit meiner Freundin in Urlaub war. Also nur das zum Thema Stalking. Und auch das Stalking ging weiter, auch als ich dann letzten Endes wirklich die Trennung durchgezogen hatte, und mit meinem neuen Partner schon im Urlaub war, riefen meine Freundinnen auch an und sagen, Sven, ihr müsst aufpassen, der ist ein paar Hotel neben euch mit seiner neuen Partnerin. Und sie kommen nicht zur Ruhe und das macht mit dem Körper was. Das ist nicht, dass sie sagen, okay, jetzt schalte ich mal meinen Kopf an, jetzt macht das nichts mehr. Sie kommen sofort in diesen Starr-Modus. Sie werden starr, weil sie wieder Angst bekommen, weil sie denken, das Ganze nimmt kein Ende mehr. Ja, und das ist der Punkt, wenn sie eh keine Kraft mehr haben, überlegen sie sich, wenn sie zwei Nächte durchgefeiert haben und sollen dann die nächsten zwei Nächte wach bleiben, wie soll das denn noch gehen? Und so ist es in den Beziehungen auch. Sie können nicht von jemandem, der keine Kraft mehr hat, erwarten, dass sie das auch noch stemmen. Darauf muss man sich gut vorbereitet sein. Muss man sich gut vorbereiten. Und dazu braucht man auch die Hilfe von außen. Und oftmals ist es so, und da muss ich schon wieder aufpassen, dass ich nicht emotional werde, weil von außen kriegt man noch mehr einen auf den Deckel. Ja, von Jugendämtern, von Polizei, von Verfahrensbeiständen, die für die Kinder zuständig sind, von Richtern. Niemand ist aufgeklärt darüber. Und niemand will aber auch hingucken. Und das kann ich nicht verstehen, weil es so viele Betroffene sind. Und ich kann auch nicht verstehen, dass diese Leute, die betroffen sind, die immer das Gleiche erzählen, dass nicht irgendwann mal einer sagt, da stimmt doch was nicht, wenn immer alle das Gleiche erzählen, muss doch auch mal was dran sein. Das ist das, warum ich das mache. Und ich kann dazu nur sagen, ich als Person bin komplett verschwunden. Mich gab es nicht mehr. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich weiß, es kann sich keiner heute vorstellen. Und das ist immer wieder Thema, auch bei mir auf Geburtstagen, dass dann neue Freunde und meine alten Freunde zusammenkommen und sagen, ja, die Svenja, die wir jetzt sehen, die gab es aber damals nicht. Ich wusste nichts mehr von mir. Ich wusste weder, dass ich gerne ins Stadion gegangen bin. Ich wusste, dass ich gerne getanzt habe, dass ich mich mal schön gemacht habe. Es war alles weg. Ich habe ein Trennungsverarbeitungsbuch, was ich auch jedem ans Herz lege zu führen, alles aufschreiben müssen, was ist mir heute gut gelungen. Ich bin heute zehn Kilometer gefahren. Ich habe heute mich duschen können, weil mir die Kraft zum Teil zum Duschen gefehlt hat. Also ich musste mich komplett neu finden in dieser Situation, wo ich aber auch praktisch auf kalten Entzug war. Denn wenn man sich trennt von einem Narzissten, ist man erst mal auf einem kalten Entzug, weil es vom Kopf, wie ich schon sagte, das Gleiche einfach einher macht, wie eine Drogenabhängigkeit. Und ich wusste einfach nicht mehr, wer ich war, was ich bin, was mir eigentlich wichtig war. Ja, all das war weg. Und all das musste ich wiederfinden. Und dann kam natürlich noch diese große Schuldfrage dazu. Ich bin schuld. Ich habe mir immer die Schuld gegeben. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich konnte ihn nicht retten. Ich habe ihn nicht genug geliebt. Ich habe alles falsch gemacht. Hätte ich das so und so und so gemacht, dann wäre es nie passiert, bis ich kapiert habe oder bis ich die Bücher gelesen habe, die ich Ihnen auch hier aufgelistet habe, die mir die Augen geöffnet haben. Und wo ich langsam lernen konnte, dass egal, was ich getan hätte, ich niemals es ihm hätte recht machen können. Und dazu kommt ja dann noch, dass der Narzisst von Anfang an oder die Narzisstin, ich muss ja beides benennen, ein Konstrukt von Lügen aufbaut. Die Lügen, die Lügen, die sie glauben, weil so Lügen kann kein normaler Mensch wie diese Menschen lügen. Wenn die Guten Morgen sagen, es ist gelogen, dann muss man rauskommen, ob es Abend ist. Weil es so exakt richtig gelogen ist, dass sie nicht mal auf die Idee kommen, dass es gelogen sein könnte. Aber auch da wieder, das Bauchgefühl zeigt es euch. Ganz kurzes Beispiel, wir waren nicht mal drei Tage zusammen, wir waren auf dem Geburtstag und ich habe gesagt, das ist komisch. Es war eine ganz normale Familie auf dem Geburtstag, wo wir waren. Ja, es war nichts Außergewöhnliches. Nur sie hat ihn so komisch angeschmachtet. Da ich sage, da stimmt doch irgendwas nicht. Wer denkt es? Sie sind drei Tage mit jemandem zusammen und gehen irgendwo, da sind sie frisch verliebt oder, ja. Und im Nachhinein, ich habe so lange Geburt damals noch zu Beginn, dass rauskam, dass er seine ehemalige Partnerin mit ihr betrogen hat. Und zwar immer und immer wieder. Also mein Bauchgefühl, ich hatte gar keine Anzeichen, außer dass die ihm komisch guten Tag gesagt hat. Aber mein Bauchgefühl hat mir gezeigt, da stimmt was nicht. Ja. Und wenn ihr darauf achtet, dann werdet ihr eigentlich immer die Wahrheit für euch bekommen, weil es so ist, dass euer Bauchgefühl euch nicht trügt. Dann kommt natürlich diese Crazy Making Phase. Eine ganz, ganz schlimme Phase. Also das ist die Phase, wo ein Bauchgefühl denkt, sie wird verrückt. Klassisches Beispiel, sie haben ihr Schlüssel ans Schlüsselbord gehalten, gehangen und morgens wollen sie ihren Schlüssel nehmen, der Schlüssel ist nicht da. Sie wissen, aber sie haben den da hingehangen. Dann rufen sie ihn an, ja bist du denn bekloppt, weißt du nicht mehr, wo du deinen Schlüssel hingelegt hast? Und er hat ihn aber extra verlegt. Und so viele Fälle gibt es davon. Ja. Wir waren mal, auch ein kurzes Bein, einfach, dass sie es ein bisschen logisch brauchen. Ja. Und ich wusste, dass es falsch ist, habe es aber gemacht, um keinen Streit zu haben. Und natürlich sind wir ewigst weit gefahren und haben uns dann noch im Wald verlaufen, so dass das ganze Ding Feuer gefallen hat. Und Gott sei Dank, mein Sohn von der Schule kam, sonst wäre die ganze Hütte abgebrannt. Aber es war nur meine Wohnung. Bei ihm wäre das niemals gewesen. Ja. Also nur so als Beispiel, ich wusste genau und er hat gesagt, nö, 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 brauchen wir nicht. Und hinterher hat er mir die Vorwürfe gemacht, ja, warum hast du nichts gesagt? Hätten wir den Ofen ausgeschalten? Also so dieses typische, hä, ich habe doch eigentlich und dann doch wieder, ah ja klar, ich habe es dann doch nicht gesagt, hätte ich es lieber mal gesagt. Ja, also sie werden verrückt im Kopf, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie richtig oder falsch machen. Das nur mal so als Beispiel. Und dadurch, wenn dann diese Crazy-Making-Phase angefangen hat, werden sie immer, sie werden immer isolierter. Sie denken, oh Gott, der denkt schon, ich habe sie nicht mehr alle Latten am Zaun, da kann ich schon nicht mehr leben, ich habe einen Knall. Und so bin ich auch rumgelaufen. Ich bin nur noch so gelaufen. Ich weiß noch, kurz bevor ich mich wirklich letztendlich getrennt habe, war ich in Erbach bei uns auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Tante. Ich hatte eine Burst in der Hand. Ich habe gedacht, alle Leute sehen, wie bekloppt ich bin, wie ist alles untergelaufen. Weil ich, ich habe gedacht, die sehen alle, wie verrückt ich bin. So hat sich das angefühlt. Also ich war neben, meine Tante hat gesagt, Svenja, du bist völlig neben der Spur. Hat immer zu mir, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, hat gesagt, das ist ja typisch für dich, du bist ja ein Spatzenhirn. Wenn ich das heute höre, gehen bei mir alle Alarmkloppen. Weil das hat sich so, das muss man im Fernsehen, irgendwo an muss ich ausschalten. Weil das, das tut sich so ein, in die Seele einmanifestieren, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und es ist natürlich auch total mit Scham behaftet. Ja, das darf man nicht vergessen. Wie viel Scham dabei ist, sich vor der Öffentlichkeit zum Teil, also es kommt ja immer darauf an, wenn das ein verdeckter Narzisst ist, macht er das mehr zu Hause. Aber wenn es ein offener Narzisst ist, macht er das auch in der Öffentlichkeit. Er hatte damit kein Problem. Er hat sich anmachen lassen. Daran hat er sich ergötzt, an der Qual, die ich dann hatte. Ich habe Orts und Wasser geheult, fünf Jahre lang, fast jeden Tag. Meine Kinder kannten mich nur weinend. Die kannten keine normale Mutter. Ja, weil ich mich immer wieder, weil der gemerkt hat, das nimmt mich so mit, dass ich wirklich daran zerbrochen bin, an diesen Schmerz, den er mir tagtäglich zugefügt hat. Und ich möchte aber noch mal ganz besonders auf die Narzisstin. Diese Wut, die sie dann zu spüren gekommen, und das wissen sie irgendwann, sie wissen irgendwann, wenn dieser Gesichtstuch kommt, da passiert was ganz Schlimmes. Und der ist so mörderisch, der ist zerstört, dass die Menschen, die haben eine destruktive Rachsucht für Dinge, die sie sich einbilden, die nie stattgefunden haben. Sie drehen ihnen die Sachen im Mund rum, sie sagen Dinge, die nie stattgefunden haben, und dafür wollen sie sich an ihnen rächen. Und sie kriegen diese ganze Wut ab, obwohl sie gar nichts dafür können. und man will dieser Wut einfach entkommen und möchte diesen Eiertag meine Kinder mehr kriegen können, weil ich zwei verklebte Einleiter habe. Und meine damalige Frau hat sie gesagt, bei ihnen braucht man nicht über Verhütung zu reden, das ging auch sieben Jahre gut, bis ich dann mit meinem kleinen Sohn schwanger war, der von ihm ist. Und ich hatte bei meinen zwei großen Kindern schon immer Panikattacken in der Schwangerschaft durch die Hormonumstellung und bei Julian war es einfach so, dass es viel früher begonnen hat, auch durch die Situation wahrscheinlich. Und wir wollten samstags in den Urlaub fliegen und freitags, also ich war dann im Sport, ich habe alles probiert, dass das Kind geht, dass ich nicht vor eine Wahl gestellt werde, behalte ich das Kind oder nicht, weil ich wollte keine Kinder mehr. Und er sagte dann zu mir, naja, also freitags mittags, als er vom Sport kam, oder beim Sport noch war, und dann sagte er, wir müssen noch mal in die Klinik, wir müssen gucken lassen, dass wir dir Medikamente für den Flug morgen verschreiben lassen. Und dann war ich ja dort angebunden, dadurch, dass ich ja 13 Wochen schon vorab in dieser Klinik gewesen bin, und jetzt war auch meine Ärztin da, Gott sei Dank, und die hat mich dann gesehen, die hat gesehen, wie durch den Wind ich war, und dann hat er gesagt zur Ärztin, er möchte mit ihr sprechen, und dann hat er der Ärztin gesagt, also die können Sie hier nicht mehr rauslassen, die hat suizidale Gedanken, die muss hier bleiben. So, wir saßen auf gepackten Koffern, meine Kinder waren zu Hause, haben auf mich gewartet, die Ärztin sah mich so zerstört, weil ich einfach Panikattacken hatte, jeder weiß, dass man da schlecht aussieht, und sagte dann zu mir, Frau Beck, ich kann Sie nicht mehr rauslassen, Sie müssen jetzt hier auf der Geschlossenen bleiben. und ich habe gesagt, wie auf der Geschlossenen, ich bin doch hier und Medikamente für morgen, für den Flug, und dann passiert das, womit er wahrscheinlich total kalkuliert hat, als die mir nämlich gesagt hat, dass ich nicht mehr heim darf, bin ich komplett zusammengebrochen. Ich bin da auf dem Boden, ich habe gesagt, du kannst mich doch nicht hier lassen, meine Kinder sind zu Hause, ich kann doch nicht hier bleiben, und dann stand noch die Entscheidung an, bekomme ich das Kind oder nicht, und ich wollte extra in Urlaub, dass diese Zeit überschritten ist, dass ich mich nicht mehr entscheiden muss, dass er dann halt kommt, und dann habe ich gesagt, nee, und dann musste ich dort bleiben, ich musste alles absagen, sein Urlaub, er ist mit seiner Tochter am nächsten Tag in Urlaub geflogen, meine Kinder waren dann beim leiblichen Vater, der hat dann geguckt, und ich war dann neun Tage voll stationär, und nur er durfte mich auch wieder abholen. Also das kommt dann zu. Nur wenn er wieder da ist, und ich mich dadurch beruhigen konnte, durfte ich dann wieder gehen, und so war es dann auch. Ich kann ihn, in dieser Zeit musste ich mich dann entscheiden, bekomme ich meinen Sohn oder nicht, und ich kann ihm sagen, ich habe mich gegen mein Kind entschieden, ich habe mich dagegen entschieden, und es ist ja Gott sei Dank so, dass man 3D-Ultraschall vor einer Abtreibung machen muss, den ich dann gesehen habe, und ich gesagt habe, das ist mein Kind, und ab diesem Moment war es mein Kind. Ich habe gesagt, ich werde für mein Kind kämpfen, bis ich umfalle, und er wird mir diese Seele nicht kaputt machen. Und das ist etwas, das ist mir auch gelungen, aber es war ein schwerer Kampf, aber es ist etwas, wo ich Ihnen auch zeigen möchte, wie viel Macht diese Menschen haben. Der hat mich in die Psychiatrie gebracht, neun Tage voll stationär. Jeder, der Tavor kennt, weiß, ich habe an diesem einen Abend 2,5 Milligramm Tavor bekommen. Also dementsprechend kann man sich vorstellen, 0,5 Nocken normalen Menschen schon aus, aber 2,5, und ich durfte nicht die nehmen, sondern da war jemand nebendrang gesessen, da musste ich die Zunge hoch und runter machen, ob ich die auch genommen habe oder nicht. Also das ist wirklich etwas, und dass man dann Angst hat vor diesen Menschen. Ich glaube, das wundert keinen. Also jeden normalen Menschen, den man hört, und dem man das erzählt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen wundert, dass man dann letzten Endes auch Angst davor hat. Und wer trägt letzten Endes wieder die Schuld? Hättest du das oder das nicht gemacht, wäre es nicht so weit gekommen. Das war immer der Spruch, den er gebracht hat. Hättest du mich nicht provoziert, hätte ich dich nicht geschlagen. Hättest du mich nicht bloßgestellt, hätte ich dich nicht versucht, mit dem Auto zu überfahren. Er hat sich nämlich bloßgestellt gefühlt von der Frau, die mich angesprochen hat und mir ihr Visitenkärchen gegeben hat, was er aber 2,5 Stunden vorher alles gemacht hat. Das war nicht mehr relevant. Ja, und auch, wie gesagt, der Betrug des Partners ist ein wesentlicher Bestandteil einer Beziehung mit den Narzissten. Das ist einfach gang und gäbe. Das gehört dazu, weil sie immer wieder diese narzisstische Zufuhr auch brauchen von außen. Und wie ich schon sagte, ich allein weiß ja von 9 Frauen. Und es folgte eine Reihe an zerstörerischen Choreografien, sage ich immer, von verlassen werden, zusammenkommen, verlassen werden. Also 30 Mal war wahrscheinlich nichts dagegen, aber es war tatsächlich so. Und man ist letzten Endes wirklich nur noch eine Marionette von dem Narzissten und wird eigentlich nur noch hin und her gereicht und so behandelt, wie er das gerne für sich gehabt hätte. Also wie er das gerne für sich haben wollte. Und macht es dann auch mit. Das Hovering ist noch eine ganz kurze, bevor wir dann auch noch mal in die Pause gehen, dass sie sich einfach auch noch ein bisschen regenerieren können. Das Hovering ist noch eine ganz wichtige Sache. Da kommt nämlich bei den Narzissten die Einsicht, also die eigentliche Einsicht, die dann wieder dazu führt, dass man sich wieder einnüllen lässt. Die angeblichen Schuldgeständnisse, wo man denkt, oh, der ist hier aufgewacht, der hat wirklich was dazu gelernt. Aber diese Liebesbekundungen etc. sind wirklich alles nur reine Taktiken und manipulative Dinge, damit sie sich wieder einnüllen lassen, so dass er seine narzisstische Zufuhr bekommt. Und das ist der Teufelskreis, in dem man drin steckt und dieser Teufelskreis, wie ich Ihnen schon gesagt habe, dann auch wieder von vorne beginnt. Das ist jetzt erstmal so bis zur Pause. Ich würde jetzt gerne eine Viertelstundige Pause mit Ihnen machen, wenn das okay ist, dass Sie was trinken können, auf Toilette gehen können. Und dann haben wir ja einen Verein eröffnet. Den sehen Sie auch hier hinten. Das ist leider ein bisschen klein, aber ich habe hier auch Infomaterial mitgebracht zu der Aufklärungsarbeit. Und den Verein wird dann der Michael Zinn vorstellen. Das ist einer unserer Gründungsmitglieder. Und ich bedanke mich erstmal, dass Sie mir jetzt schon zugehört haben. Und nach dem zweiten Teil machen wir dann auch eine Fragerunde. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.